Moin Leute, was geht ab? Super, bis hier mal wieder am Start und willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Heute spiele ich Jamcraft 3, das ist sowas wie Craft Attack, aber halt für kleine YouTuber. Und da mache ich halt mit. Achso, brauche ich gar nicht, ich sehe meine Höhe oben links. Und ja, heute spielen wir es halt. Wir gehen nicht auf Höhe 11, sondern so ein bisschen weiter höher. Ja, ich glaube, Höhe 10 ist die perfekte Höhe dafür. Ja, in der Höhe wollen wir uns befinden. Wir testen das jetzt mal mit den Betten. Wir machen uns einen Workbank. Dann machen wir uns schon mal ein paar Betten. Zwei reichen erstmal für das erste. Ich gucke dann jetzt mal. So, also ich glaube, nach meiner Theorie, also wie ich es vermute, macht man so. Danach macht man so. Und dann so. Ziemlich einfach. Und simpel. Und im besten Fall findet man dann auch Netherite. Warte mal, wo ist denn mein Gang? Achso. Direkt nochmal. Ist ja ein bisschen gefährlich, würde ich behaupten, fast. Ich lösche immer das Feuer, damit ich gut sehen kann, ob hier Netherite ist oder nicht. Ich grabe mich lieber mal so hier immer rein in die Wand und dann... Oh, ich habe keine Betten mehr. Ich mache mal gleich so sieben Betten. Hä? Achso. Sieben Betten ist gut, glaube ich. Nee, ich mache mir mal so fünf erstmal. Reicht fürs erste. Ist das gefährlich? Aber ich will jetzt auch mal was finden hier. Nicht, dass ich hier nichts finde. Das wäre ja doof. Würde ich behaupten. Mal so. Also, das ist ja doof. Ist ja klar. Wenn ich nichts finde. Aber wenn ich was finde, dann bin ich sehr froh. Wenn ich nur eine Quelle finde, dann bin ich auch zufrieden. Oh. Ist auf jeden Fall... Dings da. Aber nach Ancient Debris sieht es hier nicht aus. Also direkt mal weiter gehen. So, direkt der Nächster. Sieht nicht gut aus. Was ist das? Nein! Mann, ich konnte wohl hacken. Schade. Nein, das war ein Witz. Oh, ihr dumm. Wieso kann ich nicht schlafen? Lol. Ein Witz, Leute. Ich bin Bockst, Mann. Ja, das war. Schade, das war. So, ich muss mich nicht schlafen. Also im Moment, wie es aussieht, noch kein Metherite. Ich muss hier... Oh, warte mal. Ich habe eine Dreierquelle übersehen. Sag mal, geht es mir noch gut? Wie konnte ich das denn übersehen? Alter Schwede! Eine Dreierquelle? Eine Drei? Drei ähnliche Bies. Hätte ich hier einfach so gelassen. Alter, ich bin richtig happy über meine Leistung bis jetzt. Muss ich sagen. Ist hier noch mehr? Okay. Habe ich noch Betten? Ja, okay, ich mache mir noch ein paar. So. So, fünf. Einfach so. Nein, da habe ich ja jetzt. Erstmal. Ich gehe direkt weiter. Ich glaube, Höhe 14 ist wirklich die perfekte Höhe für Metherite. Scheiße. Alter, hier ist... Wir sind auf dem Lavasee gestoßen. Abbruch. Also es ist ein klarer Abbruch bei Lavasee. Da kann man nicht weitermachen. Dann gehe ich mal hier weiter. Stopp, warte. Ich habe doch da Lava gesehen. Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, die Richtung hier... Warte, was ist da? Nichts. Noch zwei Betten habe ich. Habe ich was Gutes? Komm, ein letztes Bett. Und da muss noch mal was Gutes kommen. Let's go. Gut. Haben wir hier was? Hm, schade. Aber ein Netherite haben wir uns verdient. Aber sowas von. Ich glaube, ich baue noch eine Schafsfarbe. Und dann kann ich richtig loslegen. Okay. Jetzt schnell wieder zurück, weil ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich mache mal kurz so. Bäm! Ich habe jetzt alles schon gemacht. Leute, ob ihr es glaubt oder nicht. Okay. Und nein. Ist jetzt gar nicht toll. Habe ich jetzt alles? Okay, gut. Ich mache jetzt nämlich sowas. Bäm! 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 Und jetzt. Bäm! 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 Und jetzt. Bäm! Wie cool! Nein, wie dumm! Oh mein Gott, jetzt kosten die Enchants. Zehntausendfach so viel. Nein! Ich habe sogar eine Gasträne jetzt bekommen. Weil es so grausam ist. Ja, okay, das war es mit dem Video. Sorry, dass ich es nicht wirklich gecutt war, aber dann mal schauen. Ciao, ciao, ciao!